Guten Morgen meine Lieben, am 13.12.05.2020 Ich bin gerade aufgestanden, deswegen habe ich noch etwas kleine Augen Ich habe heute gut geschlafen Es ist noch nicht viel passiert, sondern er kommt heute Wir wollen Nägel machen Und vielleicht etwas rausgehen, weil es jetzt doch schöner ausschaut Als gedacht Aber es ist nicht sonderlich warm Muss man mal schauen, wie es am Nachmittag ist Ich habe jetzt doch jeden Tag ein Video gemacht Fast jeden Tag Und werde das auch beibehalten, soweit es geht Auch wenn ich nicht viel zu erzählen habe, möchte ich euch trotzdem jeden Tag ein Video liefern Ich habe zu nächster Zeit keine Kosmetikholz oder so Und mein Paket von Shein lässt auch auf sich warten Weil es beim Zoll verhängen geblieben ist Ich weiß nicht, warum meine Pakete von Shein Von China kommen Und nicht von Waldorf aus Deutschland Sarah desideria bekommt ihre Sheinpakete aus Deutschland Aus einem Versandlager Und ich bestelle immer über die deutsche Seite Also verstehe ich nicht, warum es über den Zoll geht Ich hoffe, da fallen jetzt keine zusätzlichen Gebühren an Aber wir haben alle Zettel eingeschickt Die wir aufgefordert wurden einzuschicken Und ich hoffe, dass ich mein Paket bald erhalte Dann kommt bald ein Sheinpaket Im Moment weiß ich nicht so wirklich, was ich für Videos drehen soll Weil es ein bisschen schwierig ist Weil ich kein Geld zur Verfügung habe Um mir neue Produkte zu kaufen Ich möchte auch die nächsten 2 Monate sparen Und daher fallen mir keine neuen Videothemen ein Das ist ein bisschen blöd Aber vielleicht kommt ja noch was Wenn ihr Ideen zu Videoformaten habt Schreibt sie mir in die Kommentare Ich würde mich darüber freuen Und dann wird mein Kanal auch wieder ein bisschen spannender werden Was ich noch sagen wollte Ich möchte ein Gewinnspiel machen Schon erst seit Anfang des Jahres Aber das werde ich nächstes Monat auslosen Und dann werde ich eine Juwelkerze verlosen Entweder für Männer oder für Frauen Nachdem wer gewinnt Wenn ihr teilnehmen wollt an dem Gewinnspiel Dann schreibt mir bitte einen Kommentar Unter dieses Video Ich lasse das Video Sende das Monat laufen Und ich habe meine Kontaktmöglichkeit Wie Instagram, Facebook Oder TikTok Oder eine E-Mail Adresse oder so dazu Gewinnen können nur Abonnenten meines Kanals Und bitte keine kurzen Abos abschließen für den Gewinn Sondern wirklich meine Videos verfolgen Und ich werde jetzt auch öfter Gewinnspiele machen Und immer mal wieder was verlosen Vielleicht kann ich damit meine Abonnentenzahlen ein bisschen erhöhen Aber ich mache sonst Stimmungsvideos Ähm Über mein Befinden Und Wie man seine Stimmung verbessern kann Oder Infos zu Medikamenten Therapieformen Und So weiter Und Ähm Mindbuilding Apps Ähm Videos Das war zwar in letzter Zeit etwas kurz gekommen Aber Ich möchte mich wieder mehr darauf konzentrieren Und über meine Kolumne berichte ich auch In Zukunft Für auch einen Blog Der ist immer verlinkt Ähm In der Infobox Ähm Ja Das ist so grob alles was ich euch sagen wollte Zum Gewinnspiel Es kann entweder ein Mann eine Ein Armband gewinnen Oder eine Frau Kann sich entweder Ohrringe Eine Halskette Oder Oder Ein Ein Armband aussuchen In der Juwelplätze Und auch die Geruchsrichtung Wenn ihr euch mit Juwelkerzen nicht rauskennt Schaut euch die Seite an Juwelkerze.de Ähm Da könnt ihr euch eine aussuchen Es wird einen Gewinner geben Als nächstes möchte ich eine Smartwatch verlosen Also Bewerbt euch jetzt schon mal für den Gewinn Einen Kommentar mit Wie gesagt einen Kommentar Einen netten Kommentar Mit Einer Kontaktmöglichkeit Ich werde den Gewinner Ähm Anfang nächstes Monat auslosen Oder bis Mitte nächstes Monat warten Je nachdem wieviel Kommentare sich sammeln Und Ähm Der Gewinner wird dann rechtzeitig informiert Über die Kontaktmöglichkeit Und kommt dann auch in die Infobox Vielleicht mache ich auch ein Auslosungsvideo Ich mache das über Zufallsgenerator Oder über den Kommentar Der mir am besten gefällt Kommt drauf an Und wie gesagt es können Abonnenten gewinnen Ich werde das kontrollieren ob ihr abonniert habt Die Glocke müsste nicht aktiviert haben Wäre zwar nett aber muss nicht sein Ähm Ich würde mich über möglichst viele Teilnehmer freuen Und Ja Das war mein Video zu meinem Gewinnspiel Und zu sonstigen Infos Wenn ihr sonstige Kommentare habt Und nicht am Gewinnspiel teilnehmen wollt Schreibt das dazu Oder lasst die Kontaktmöglichkeit weg Dann könnt ihr nicht teilnehmen Oder dann werdet ihr nicht in Lost of Kush Geschmissen Ähm Über Kommentare unter meinen Videos Würde ich mich überhaupt sehr freuen Ein Like wäre auch ganz nett Wenn euch meine Videos gefallen Und Sonst kommt täglich ein Video online gegen Abend So gegen 8 Uhr spätestens Und Über zahlreiche Aufrufe Kommentare Likes Und Abos Würde ich mich freuen Ähm Danke fürs Reinschauen Hab euch lieb Schönen Tag Ciao Eure Ines Abonnieren 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 Vielen Dank.